12 Kilo Knetmasse, Kofferraum, Dick, Klasse Paranoia, während ich mich langsam auf den Weg mache, aussteigen, wegdrücken... im nächsten Video, habt viel Spaß hierbei, schreibt mal in die Kommentare, was ihr so davon haltet, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal Leute, haut da rein, ciao! Jo Leute, was geht, ich bin's, euer Fies Gaming und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA, wir modden euch Geld und ja, heute ist Henry dabei, Jo, was geht ab, ich bin Henry und ja, wir modden euch Geld, damit wir selber YouTube Money bekommen und ja, viel Spaß beim Video und dann... Jo Leute, ich mach's ne Ausbildung zum Anwaltsgehilfen und da hab ich heute die Anzeige von Duits reinbekommen, an Niklas und ja, da hast du dir da vorgerufen wieder, ja, ja, da kommst du nicht etwa, morgen ist Gegenteiltag, morgen heißt nein, ja, und ja heißt auch ja, und nichts sagen heißt auch ja, ja, da musst du mal wieder das Wasserkocherkabel mal ein bisschen um deinen Hals binden, man Oooooooohne Witz Okay Boah, ich weiß nicht warum, aber diese Scheißen im Chat steckt nicht meine Nachrichten ab, Alter Ja, okay Hallo meine süßen Mäuschen Rocha 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 So Bursche jetzt gelöss mal nicht so rum, und verzupft dich, sonst gitts gleich links und rechts e-fotzen E-fotzen hab ich g-sagt Und da heißt es euch getest... waschen wieder rein und raus und noch mal rein und noch mal raus sch*** dir ins gesicht blickst dir den 5 euro schein aufm land und klatscht dir gegen die wand es langt und ja du bist ein gieriges stück scheiße was ich gerne meinen Arsch ficken und ja dann komm ich nach haus und schläg dir das Fetzleid alles spaß erst mal Italien gehen Italien gehen sie gibt es noch ne neue Mädchen weiss ich meine ich in Spanien war das ja früher und ja was ja Digga so hört sich das an wenn ich hier dann Fetzleid leck und jetzt läuft es auch mal hier wir haben den Soxensäcke jetzt es reicht wo ist die ich warne dich ne wenn ich das irgendeine Spanien mache ich nochmal bei mir auf äh bei dir auf deinem Kanal dann werde ich extrem sauer wie eine Zitrone du checkst doch für mich gar nichts oder ich weiß schon dass du zurückgeblieben bist aber dass du wirklich so doof bist hab ich nicht erwartet ich bin ein Päusch was hast du schon wieder für ne Scheiße hier zusammen ja ich glaub es hackt lass ein Like da sonst schreibt Maru einen Disstrack gegen dich all so Untertitelung des ZDF, 2020